In der neuesten Ausgabe von «Gesprächsstoff» habe ich mit Ronja Schiff dann geredet. Sie ist auf Ernährungs- und Medienpsychologie spezialisiert und hat die Webseite durchschnufe.ch ins Leben gerufen. Und ich wollte von ihr wissen, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ich habe einfach gesehen, also ich habe in meinem Freundeskreis gesehen und in meinem Bekannterkreis und in der Fachwelt, wie die Leute einfach wahnsinnig angespannt sind. Das Projekt ist im März entstanden, wo es wirklich effektiv um die starke Massnahmen gegangen ist, wo wirklich die Corona-Debatte aufgeflammt ist. Und da hast du gemerkt, dass die Leute so ein bisschen gestresst, angespannt sind, haben Angst, haben Sorgen. Vor allem habe ich es auch festgestellt an Leuten, die sonst sehr gebettelt sind, dass die plötzlich so ein bisschen aus dem Konzept gefallen sind. Das ganze Gespräch mit Ronja, das kannst du jetzt auf 3fach.ch nachhören. Radio 3fach Gesprächsstoff